so da mit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen koop projekt was vielleicht gar nicht so klein bleibt mit dem tobi und zwar hier gönnt ihr das fast ja mitten auf dem ozean wir spielen raft hatten wir schon angekündigt und auch schon lange darauf gewartet ja ja wir haben hier bloß irgendwie immer das problem dass der haken vom tobi am anfang nicht funktioniert deshalb hat er den schon weggeschmissen und muss sich direkt neuen machen und ja wir sammeln mann mein fass pass auf dass ein hai ja irgendwie komme ich nicht aus dem wasser raus ich bin draußen okay müssen wir erstmal haken craften ich habe einen haken funktioniert er jetzt juhu wie immer einen schuss daneben wie soll es auch anders sein ich würde sagen was craften wir zuerst ich würde fast sagen einer macht sich einen hammer und einer macht sich ein paddel dass wir mit dem paddel uns gegen diese insel da zum beispiel schon mal setzen können und einer kann dann schon mal ein bisschen bauen okay für den hammer fehlt mir noch eine planke und dann habe ich ein hammer da ist eine planke ich überlege gerade wo ist denn hier voll daneben muss ich das paddel 100 prozent da ist das paddel okay ich brauche noch vier kunststoff dann mache ich das paddel kunststoff habe ich jetzt leider nicht aber ich habe einen bauhammer sehr gut und ich habe schrott im inventar und das ist gut da könnte ich die drei kunststoff bekommen oder auch nur zwei oder auch nur eins ich finde es doof dass sie dass die großen dinge nicht mehr kunststoff geben als die kleinen ja das stimmt das stimmt das sollte man anpassen ja ich denke mal das wird bestimmt irgendwann mal gepatcht oder so in 50 jahren weiß ich nicht hieß es nicht dass jetzt nach dem final chapter nichts mehr großartig gemacht wird ich habe keine ahnung tatsächlich so wie ruder ich jetzt darüber genau immer in die richtung wie macht man warte mal ein anker wir brauchen einen anker dafür brauchen wir erstmal steine und ich glaube die steine kriegen wir am besten in der insel und hallo gehen wir weg wir haben nichts um den high zu verhauen noch nicht haben wir bestimmt gleich wir können ja hier wie gesagt erst mal so ein bisschen anlegen ich hoffe oh warte das war zu weit dann werden wir denke ich steine willkommen für den anker wir brauchen auch einen anker wir brauchen unbedingt köder die den high ablenken sonst können wir nicht unter wasser graben und werden irgendwie weggefrühstückt gefühlt braucht man alles auch ja ich meine ich bin gerade schon wieder durch den high durch geschwommen das ist mir vorhin schon passiert man so glücklich ja mich frisst er immer okay jetzt hat er mich auch erwischt ich habe drei steine falls ich das überlebt wenn du den high ablenkst tatsächlich ja ich muss mal vorsichtig sein aua hör doch auf wie kann man so aggressiv sein ich glaube ich glaube wenn er mich noch einmal trifft bin ich tot was brauchen wir denn für eine axt also drei steine weil das holz dort sollten wir auf jeden fall abbauen ich habe drei steine gut man braucht drei steine zwei seile und sechs holz hast du zwei seile leider nein palmenblätter bräuchte ich praktisch hast du drei palmenblätter wenn ich die hätte dann hätte ich seile dann versuch was wert wir finden schon irgendwie was also dieses palmenblatt könnte ich bekommen wenn ich ein bisschen höher zielen hoffe ich ist das sei lang genug ja das mal gucken jetzt da hinten ist es fast aber das ist sehr weit weg und da wir nicht auf unserem fluss sind bewegen sich die items auch nicht weiter ja ich bräuchte noch zwei palmenblätter dann könnte man ja schön viel holz holen also ich hoffe es wäre viel sofern mich der high in ruhe lässt kann ich jetzt wenigstens ein bisschen stein sammeln okay und der high greift mich wieder an oder zur notarxt einfach erst bei der nächsten insel weil dann können wir da auch wirklich vor anker gehen den anker kriegen wir auf jeden fall zusammen also steine müssten wir von anker genug haben ich habe kupfer die ton habe ich genau ich habe eine melone ich habe zwei millionen ich bin eine frau herzlichen glückwunsch und eine kiste doppel y die sind wirklich sehr groß doppel y ja respekt war auch nicht günstig kann ich mir vorstellen viele mcdonald's besuche für nötig gewesen ja ja ich glaube ich höre mich manchmal bei dir doppelt das könnte sein ich habe bolzen ich habe ein scharnier cool aber keine palmenblätter jetzt schon ja hier oben war eine kiste das war das was ich nicht aufgekriegt habe okay ja aber ich bräuchte meine hausbeute sind schwarze samen eine schwarze blume ja habe ich auch ton habe ich das ist gut geil lastig kommen die diese samen die schmeiße ich erstmal weg wir können sowieso nichts anpflanzen und ich habe einen schrott schrott habe ich zwei ja geil ja ich würde sagen wir fahren einfach weiter aber ohne eine axt können wir leider nichts abernten jetzt müssen wir nur gucken wo unser bildchen nochmals ja gute frage hat nicht dass der heil das aufgefressen hat glaube ich nicht aber wenn er daran geknabbert hat könnte es sein dass es einfach weitergependelt ist weil wir haben ja vorhin schon mal ausprobiert wir können wenn wir das floß verlieren haben wir halt verkackt ja dann muss man irgendwo nur einfach neues finden ich lauf an der wand des berges lang und der heil kann mir gar nichts weil ich überm wasser bin ich hänge direkt hinter dir was den wunderschönen zopf ja ne so ich aber auch ich paddel uns mal raus ne so darüber sehr gut sind da vorne zwei haie oder war das nur schwanzflosse was man noch gesehen hat also wenn er wirklich zwei haie sind dann wäre das übelst unfair sollte nicht sein ich meine es ist wirklich bloß einer weil selbst ein haie ist schon zu viel für uns wollen wir vielleicht die sachen die wir gerade haben wie gesagt erstmal für einen anker und für ein speer vielleicht zusammen legen ist das schwer da drauf zu kommen alter wenn sich was bewegt okay ein speer warte mal ich gucke den müssen wir tatsächlich schon machen können holz speer nein es fehlt seide und es wird holz verflut okay wir müssen also wir brauchen sowieso sehr viele seile auch für den anker kannst du ungefähr so in diese richtung navigieren davon ist wieder eine dicke kiste ja ich hoffe dass wir wieder diese richtigen truen finden oh ja warte wenn ich gerade so paddel oh so le mio na 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 plastik das ist fast wie im echten leben da ist ja auch die weltmeere voll mit diversen müll ja zum glück weil sonst würden leute wie wir auf den weltmeeren nicht überleben können so seht ihr auch seile gekriegt zwei stück und ein blatt so ich habe drei seile jetzt ist die frage wofür opfern wir das am sinnvollsten ich glaube erstmal für wirklich für den speer sehe ich auch so aber dafür fehlt jetzt auch holz ich musste die alle fläche hier ich bin guter dinge dass da vorne holz drin ist du kannst mein ganzes holz haben ich brauche gerade nicht liegt neben dir in die sekunde aber ich brauche auf den dicken kasten dort natürlich können und da ist dein holz oder waren ganz viele holz bretter drin wo sehr gut okay wir haben jetzt einen holz sperr das ist schon mal mega gut aber wir brauchen auch einen ofen womit wir uns trinken kochen können weil man trinken ist schon ziemlich dauernd ja stelle jetzt wo du sagst das problem ist dass wir gerade am anfang wieder alles auf einmal brauchen okay wir brauchen vier plastik für eine tasse und wir brauchen seile die blätter wir brauchen tatsächlich blätter dafür vier blätter und zwei kunststoff fehlen noch ich habe ein blatt ich habe insgesamt fünf kunststoff okay also ich wollte ich wollte laufen und ähm ja kutaste ist wegwerfen aber ich habe ja ich habe es gemerkt jörg hat heute noch nicht zu essen gekriegt wir brauchen unbedingt diese mod ne ich weiß diese auf jeden fall auch noch anders ich habe ich bin so durstig plastik so wo ist denn die tasse ich ich bin wieder blind wurfanker die tasse ist oben da wo die fleischkeule ach die fleischkeule habe ich die ganze zeit übersehen wie kannst du nur also ich habe jetzt eine tasse ich habe auch eine tasse einfacher reiniger ich bräuchte das ist ein einfacher grill und ja genau den einfachen reiniger brauchen wir glaube ich ich bräuchte noch vier planken eine ein palmenblatt und ein kunststoff dann könnte ich das machen hier hast du 16 planken zwei blätter und zwei kunststoff nice äh reiniger über kurz oder lang sollte man da glaube ich auch gleich zwei machen also möglichst schnell einer wird von anfang erstmal reichen wir haben ja nur begrenzte ressourcen und deswegen sollten wir gucken dass wir uns dieses faszierst schau mal hier in die ecke da wo ich hinzeige da würde ich das hinbauen ich finde es voll cool dass er so mit dem finger zeigt ja dabei zeigt man doch nicht mit finger auf irgendwelche sachen ups mein aim alter das ist legendär das ist legendär uh da vorne kommen wieder viele dicke kisten ich habe mal platziert aber ich glaube ich werde verstehst du ich bin sehr durstig musst aber auch eine planke reinsetzen weil sonst brennt es nicht und ja ich bin auch gerade sehr durstig ich habe voll gemacht das habe ich natürlich vergessen ist ja alles noch neu für mich ist ja nicht so als hätte ich mir das vor kurzem ich habe das gerade gesehen wie wir eine planke platzieren komm wenn du so durstig bist dann ess eine rübe ja komm als wenn so eine rübe nichts saftiges enthalten würde ich bin so doof ich brauche ja gar keine rübe ich habe nämlich auch gar keine aber ich habe zwei melonen das könnte tatsächlich helfen weißt du was ich habe sag es mir du hast den Speer ja jo dieser Arsch genau da da darf er das nicht machen aber ich brauche ein Plastik zum reparieren sollst du haben da kann ich nur eins machen liegt zwischen deinen Füßen ich musste einfach zwischen deine Schenkel es tut mir leid ach alles gut ich bin nichts anderes gewohnt die repariert man ich glaube mit dem Mausrad wenn ich jo sehr gut ok ich kann trinken beziehungsweise trink du erst jo das wäre ganz gut ich bin irgendwie fast down ich bin trinkentechnisch gerade sehr gut dabei hast du gerade Salzwasser getrunken? wusste ich der Becher war voll oder kann ich es auch auskippen? ja mit der rechten Maustaste habe ich gerade gesehen oh nein nicht schon wieder spring auf den Grill ja hatte ich vor ich stehe drauf knusprig zu werden niemand ist so knusprig wie du für mich das habe ich ja genau richtig gemacht so auf jeden Fall damit der Arschloch Hai ich brauche nochmal gleich zwei Holz damit der Arschloch Hai uns das nicht kaputt macht müssen wir uns hier rumbauen dass er wenigstens das Holz dass er das wenigstens irgendwie wegreißt das ist dann egal also unsere Fressplätze müssen gesichert sein momentan bist du ja sowieso noch der Baumeister ja wow mit 20 Minuten Spielerfahrung ja ich sollte mir vielleicht demnächst auch nochmal machen ist ja auch nur für den Anfang keine Sorge wenn du sowieso allgemein gerne baust und so dann kannst du das machen weil ich bin eigentlich immer voll der Freund von Inselerkundung und so das Ding ist ich bin ein Freund von allem ich liebe alles außer Wespen ich bin froh dass es hier keine Wespen gibt knuspern 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 knäuschen welche Wespe knuspert an meinem Haus ach Junge mein Aim ist scheiße ja das Problem ist nur meistens endet das für mich im Krankenhaus ich bin leider ein bisschen allergisch das ist nicht so gut ja ja und reicht es ah verdammt neue Runde neues Glück werf deinen dicken Haken los ach ich bin so doof ich hab grad ich hab grad das Süßwasser weggekippt Entschuldigung ich bin manchmal dumm ich hab Bauplan gefunden hier 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 den Bauplan äh da den kannst du haben schenke ich dir äh ein Empfänger ja ich muss den erstmal kurz gegen das Licht halten um zu schauen ob die Wasserzeichen stimmen ja ich verstehe hab ich mir angeschaut äh ich kann das jetzt alles auswendig sehr gut so dann füllen wir nochmal schnell ein bisschen nach so so Palmblätter Plastik Lut Luti Lut geil immer herrn das Plastik ist einfach vorbei es ist einfach vorbeigeschwommen okay was brauchen wir als nächstes also wir haben eine Freistelle wir haben einen Grill ich würde tatsächlich sagen ähm wir bleiben bei hast du Holz mhm 10 nehm ich gerne weil dann kann ich um Grill hier nochmal drumrum so einen kleinen Schutz bauen würde es dir reichen wenn ich dir 6 gebe das ist okay ich würde nämlich gerne einen Hammer machen nur 4 Stück also so hier warte 4 Stück reichen überhaupt 4 Stück zack so dann hab ich nämlich auch einen Hammer sehr gut ich glaub was wir wirklich brauchen würden wäre diese diese dieser Forschungstisch ähm ich würde gerne einen Einspruch machen ich würde gerne eine Angel bauen weil eine Angel hat den Vorteil dass wir Essen kriegen dass wir ähm Fische fangen können und auch ähm einen Fischköder bauen können okay falls wir mal irgendwo schwimmen dass der Hai abgelenkt ist ich hab eine Bedingung du angelst von mir aus dann machen wir ach jetzt hab ich Hunger äh dann machen wir erst eine Angel und dann diesen Ressourcentisch wenn du Hunger hast da ist doch was auf dem Grill da ist eine Rübe schnapp dir oh geil ja man oh die sieht voll lecker aus so jetzt wie mein Magen knurrt ich hör das grad voll cool das gefolgt mir ordentlich reinschmausern hier kleines Fass komm kleines Fass komm aber mit einer Angel wäre es erstmal ein bisschen gesichert unser äh Hunger ja ich möchte glaube ich diesen Forschungstisch hauptsächlich dass wir halt diese Netze machen können dass wir nicht mehr hier immer mit dem Haken stehen müssen sondern kontinuierlich ein bisschen was bekommen ja dann würde ich sagen dann kümmere du dich doch ruhig darum und ich kümmere mich dann erstmal um die Angel okay dann sammelt jeder sein Zeug der Hai greift an und ich muss mit demnächst auch noch schnell einen Sperr machen wie kann man den Hai zerlegen ich weiß das geht ich weiß man kann ihn auseinander nehmen ich meine nach ein paar mal wenn er dann tot ist der stirbt aber ich kann noch nicht mit dem Messer äh mit dem Sperr auf dem Hai den zerlegen oder ich meine auch mit der mit der Hacke wenn ich mich nicht täusche das ist so unser Multitool ich wünsche es würde sich richtig in sein Fleisch bohren sag mal hab ich schön weißt ich bin hier mühsam am knausern ja ich hab meine Angel fast fertig also ja ich hab meinen Tisch bestimmt auch irgendwann das Ding ist der Tisch der kann ruhig ein bisschen warten essen ist halt das Auto essen und trinken ja das macht finde ich manche Spiele wirklich schwierig ja weil manche Spiele auch so unbalanced sind was das betrifft ja seven days äh tatsächlich ja das war bei der Alpha 18 so du findest jeden Scheiß aber nichts zu essen ich war nur noch am Fressen ich war nur noch am Fressen Alter das hab ich so aufgeregt äh so oh man hast du zufälligerweise sechs Planken übrig korrigiere fünf tatsächlich ja tatsächlich ja vier oh na gut okay hier warte drei schade drum ich hätte nämlich nur noch glaube ich ein Seil gebraucht dann hätte ich eine Angel zusammen gehabt ach so nee dann behaltst du die Angel mach nimm ruhig nimm nimm dann sammle ich die drei Planken kann ich sammeln ja da vorne sind Planken hier sag naja siehste aim gleich hoch hä wo wo sind denn die Planken hast du die hingeworfen die liegen hier immer noch ich seh sie nicht die liegen direkt hier vom Grill ich seh sie echt nicht dann ist das wohl irgendeine Backe okay dann dann nimm die Planken einfach ähm warte ich mach schnell den Tisch und gebt ihr den Rest einfach wieder ich so äh herstellen dürfte ich mir nochmal die Kartoffel gönnen oh ich hab zwei ich schmeiß auch drauf ja das sind das wäre sowieso gut immer wenn irgendwie was da am machen ist also irgendwas immer drauf ist äh auch Mist ich kann die gerade nicht aufnehmen weil ich so zugemüllt bin die Baupläne ne die brauchen wir doch eigentlich wenn wir sie gelernt haben brauchen wir die doch nicht mehr oder ich hab keine Ahnung wie gesagt ich hab nur eine halbe Stunde Spielzeiterfahrung ja ich mein man kann die bestimmt trotzdem essen äh essen ich bin so doof äh trotzdem sammeln ja weil ich gerade gegessen hab ähm ich hab hier zwei Stück Planken da hingelegt ich guck gerade jetzt sehe ich die Planken komischerweise jetzt fehlt mir immer noch eine aber hier vorne ist eine so was kostet denn so eine scheiß Kiste wir brauchen auf jeden Fall eine Kiste oh Gott dieser Egg Alter mit dem Wellengang ist es manchmal echt schwer ach ja und ich wollte ich bin so doof ich baue extra den Forschungstisch und dann stelle ich ihn nicht hin okay so zack wir haben eine Angel ich weiß aber nicht ob wir irgendwelche Fische als Köder brauchen oder so keine Ahnung und wir haben auch noch mehr warte Alter das Drehen hier ist ein bisschen krampfig manchmal so ist halt gerade alles ein bisschen eng kann ich irgendwas erforschen wie funktioniert das mit der Angel lass mal gucken Angelsimulator auf dem offenen Meer was wenn man mehr ha 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 ich opfer mal ich habe jetzt meinen Bolzen und meinen Scharnier geopfert ich habe eine Kerzenflasche bekommen ich erforsche alles was geht auch die Freuden mit dem Hai nein die nicht so da ist ein Fass das brauchen wir Fass hör mal her damit ähm hallo hi könntest du das bitte lassen ich brauche ein Speer Arschloch Hai der Pelle ist ja tot oder was ähm ich habe hier na bitte schön danke ich habe ihn nicht gesehen den Hai oder den Speer nee nee den 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 ob der Hai tot ist ich habe bis jetzt noch keinen Fisch geangelt nur Müll hm alter dieser Hunger hier und gefühlt so eine Rübe bringt irgendwie gar nichts ich habe schon zwei Fische geangelt komm kleines Fass komm zu mir ich habe auch schon lang keine Insel mehr gesehen ja das ist ein bisschen einsam hier ne vielleicht sollten wir mal ein bisschen anders rudern ein bisschen schräger dass wir ähm ähm gegen den Strom komplett schwimmen der Strom kommt da jetzt von schräg weißt du okay äh beiß okay du hast den Speer nicht ich ich habe keinen Speer ich habe den Speer hingeworfen vorhin ähm hier oh danke glaube ich ja muss auf jeden Fall also Speer brauchen wir schon gib mir die Palmblätter bitte oh nein das waren so schön viele und da ist ein Fass verflucht ich zeig dir mal wie das richtig geht hier und natürlich verdurstig äh äh ja ich weiß ich habe gerade tatsächlich außerdem einen kleinen Schluck getrunken äh 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 boah Junge das mit dem Wellengang dann zu werfen ist voll schlimm ja vor allem wenn die Sicht sich immer so so vernebelt weil du hungrig und durstig bist das ist irgendwie auch nicht so cool hab der den Fisch gleich so hier gleich wieder reinschmeißen oh wo kommt denn die Flasche her die ist ja cool die habe ich gerade geangelt die ist sehr cool ja so eine Flasche hat schon was ich meine die steht da voll viel am Platz ne Köder auswerfen auswählen what mhm boah der Fisch geht aber gut rein ich habe keine Köder leider bitte der Fisch geht gut rein ich habe aber leider nichts mehr zum draufschmeißen ja kein Ding warte jetzt habe ich den rohen Fisch gefressen oh Jesus ich wollte den noch drauflegen äh äh zum Glück nutzt sich nicht sowas wie ein Becher ab ich versuche uns mal ein bisschen mehr Platz zu schaffen was 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 fehlt denn für diese Netze dass wir die lernen können oh das weiß ich nicht da musst du mal gucken äh das Ding ist find das mal auf die Schnelle kann man das nicht raussuchen mit Filtersuche geht das nicht äh am an dem Tisch nicht hier sind sie ok Nägel Seile und Planken hey Planken habe ich doch schon ja ich habe einen Wels gefangen ich meine Planken habe ich doch schon erforscht ne ok ähm was war es noch wo sind die jetzt ich sehe das Netz nicht mehr ich werde verrückt da Seil könnte ich herstellen du brauchst Seile wie viel nur eins äh hier für den Resource Tisch ok warte und ich meine einen Nagel hast du noch einen Schrott hier hast du ich hast du vier hast du einen Schrott zufällig ich habe tatsächlich äh vier Schrott bitteschön hier hast du noch einen Kupfer hier hast du noch zwei Rüben ja dann erforsche ich das mal ich erforsche das einfach mit äh einmal Nagel dann kann ich den Nagel erforschen und dann können wir nämlich das Netz bauen jetzt habe ich kein Holz mehr ähm um den Ofen anzuschmeißen die Kartoffel ist noch halb gar tatsächlich dann müsstest du einmal kurz Holz draufschmeißen das wäre ganz gut Jörg ist hinter dir Jörg hör doch auf aber es war gut dass wir um den Grill und sowas drum gebaut haben ich habe leider kein Holz mehr warte ja Jörg lass mich in Ruhe und ich habe das Holz nicht mal gekriegt was das ist ja echt voll schlimm ok der letzte Angelhakenwurf Flick und Sieg du musst helfen du musst retten ich kann die auch nicht nehmen ich bin voll ich schmeiß jetzt die die Blumensamen auch weg hätte ich schon viel früher machen sollen und weißt was die Blumen schmeiße ich so lange auch weg braucht man glaube ich jetzt erstmal noch nicht das ist doch sowieso nur irgendwie was Deko mäßiges ich glaube um das Schiff anzumalen am Schluss wer malt denn schon sein Schiff an mein Haken ist kaputt dann nimm so lange meinen ja wie da nicht so eine Müllreihe ist und ich bin schon wieder wie viel will der denn bitte trinken ja das ist im Moment kann man später sich nicht noch Tee machen oder sowas ich habe keine Ahnung ein roher Buntbarsch hier genau nimm mal runter das Ding wir kochen jetzt mal was richtiges hier guck mal was hier ist ja guck mal was oben drauf ist ein Nest aber ich kann es nicht nehmen echt nicht? ne schade ähm aufgerillt das ist erstmal nur der kleine Bruder oh geil die große Schwester kommt gleich drauf der sieht auf jeden Fall lecker aus aber das tut er oh ein Dekorationspaket das war schon immer das was ich in einer Weltüberflutungsapokalypse haben wollte geil das wird uns retten wie mache ich das auf so ich habe Flagge gelernt geil hast du noch drei Planken? weil ich habe gerade eh keinen ich habe dir vier hingeworfen perfekt weißt du auch wenn die Nacht so düster und trostlos ist unsere kleine Kerze hält schon gut auf an dem Fleck werden keine Creepers spawnen also meinst du hier ist sicher? da können wir also anbauen? keine Ahnung aber guck schau mal hier ins Meer siehst du das? da? da wo ich hinzeige da ist sehr viel mehr da ist ein Netz sehr gut ich kann nicht reinfallen der passt leider nicht rein ich habe was gefungen ich habe was ich habe was gefungen ist so eine Mischung aus gefunden und gefangen die sind aktuell leider noch ein bisschen teuer aber what the fuck der passt nicht drauf ich wollte meinen Wels grillen aber der passt nicht drauf das ist schlecht ich hoffe das mit du hast doch mal Hunger äh ja hier hast du Frühstück boah geil ich bin so unersättlich das ist das Problem nicht gut ja dann werfe ich doch mal weiter hier ähm hier das ist erstmal für dich da hast du deinen Haken wieder ich werfe erstmal nochmal weiter die Angel aus okay also merken dicke Wälze wir brauchen eine Truhe wo wir die reintun können weil wir haben aktuell keine Möglichkeit mit diesem Minigrill einen monströsen Wels zu braten ja gut wir brauchen generell eine Truhe das würde ich jetzt einfach in Angriff nehmen du hast Plastik dafür ne ja ich sammel hier da hast du ein zwei Plastik habe ich dir hingeworfen sofort erstmal das Fass und vielleicht noch das Brettchen dieses Fass war sehr voll ähm kleines Lager haben wir rein theoretisch vielleicht die Truhe schon wenn ich einen Schrott opfer können wir direkt eine Nummer größer machen ich weiß jetzt habe ich schon wieder einen rohen Fisch gefressen lernt es auch einfach nicht ähm das Ding ist der Junge der frisst um frisst um frisst allgemein uh Fass der frisst um frisst allgemein wie keine Ahnung wie ein junger Gott aber der kann fressen wie ja echt schlimm kann ich nicht ein Scharnier selber machen ja das kann man tatsächlich aber man muss es lernen glaube ich haben wir das noch nicht gelernt ich weiß es nicht ich weiß nur mir fehlen noch drei Blätter zwei Schrott aber nee dafür brauchen wir erst Metall dafür brauchen wir erst Metallbarren dann müssen wir doch die kleine Kiste machen schade ich dachte wir kriegen vielleicht direkt die große hin also mein Ziel ist es auf jeden Fall dass wir hier wir müssen hier noch ein bisschen ausbauen Jörg ist da äh verdammt verdammt wie viel Plastik kann ich gegen andere reparieren wir haben unseren Tisch verloren was da stand damit drauf du kleiner dreckiger ja das ist immer das Problem das ist das Problem wenn das so nah dran ist wir müssen noch die gelernten Sachen die wir schon gelernt haben also haben wir ja zum Glück und weißt du was wir noch dazu haben äh so rum wollte ja gegen andere reparieren das hat nicht geklappt oh sehr schön ja ist das ist das Süßwasser oder Salzwasser ich weiß es nicht okay also ich habe naja mir fehlt halt noch zwei Schrott ich würde nämlich gerne ein Segel machen tatsächlich dass wir ein bisschen schneller sind aber wäre es nicht sinnvoller vielleicht trotzdem erst so ein paar Netze zu machen dass wir halt immer bauen können die Netze kann ich glaube ich nicht craften das musst du machen doch kannst du auch du hast das Rezept auch ich meine die Rezepte gelten für uns beide ich kann keine Nägel herstellen weil uns dafür glaube ich Schrott fehlt ich habe 13 Seile ich habe zu wenig Planken also ich könnte 6 Nägel machen mal her damit da ist eine Insel kannst du da rüber paddeln äh warte ich gebe dir erst mal die Nägel es fehlt sowieso Holz was jetzt am allerwichtigsten ist und das ist ab jetzt unverzichtbar wir brauchen jetzt noch vier Planken damit wir ähm damit wir uns eine Steinachs machen können ja ich hoffe dass unser dass das Paddelbiss darüber reicht weil das ist schon ein bisschen lädiert ja ich bin auch ein bisschen lädiert ey paddel mal entgegen ich kann nicht hinterher schwimmen ich habe gerade eine dicke Kiste eingesammelt da war so ein fettes Teil ich habe ja keinen Haken oh super danke nein Jörg knabber mich nicht können wir jo können wir perfekt was hat mir die Kiste überhaupt gebracht die hat mir gar nichts gebracht die hat mir nichts gebracht dieses dicke Fass das ist ja voll schlimm darauf auf den Schreck muss ich erst mal eine Makrele essen oh ich glaube das Paddel geht gleich zu Bruch ja das war es mit dem Paddel ein neues ich gucke Paddel 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 so zwei Seile bräuchte ich zwei Seile ja mehr nicht ne mehr nicht hier daraus kannst du dir ein paar mehr Seile machen das ist schön ja Netze sind tatsächlich wichtig aber wenn wir da die Bäume abfällen wir brauchen erstmal Holz für unser Boot ja ich wollte eigentlich erst einen Anker herstellen weißt du so einen Wurf Anker das Problem ist ich glaube das auch nur einmal zu benutzen ist der ich kann sogar einen herstellen nur haben wir dann das Problem dass wir alter eine Eisenachst wir brauchen einen Bolzen einen Schrott und noch vier Planken dann können wir Eisenächste herstellen eine Metallächste geil ich gehe gleich tauchen ich habe meinen Bolzen habe ich leider für äh Forschung geopfert meinen großen Bolzen den Bolzen kannst du zwar erforschen aber der bringt uns nichts beim Craften doch der schaltet weitere Rezepte frei sonst hättest du nämlich das Rezept mit der Eisenachst nicht den Bolzen meine ich nicht ach so doch vertraue mir damit äh nehme ich Maß okay verstehe wir brauchen Holz wir brauchen jetzt unbedingt Holz also du wir müssen jetzt irgendwie irgendwo Holz hast du Holz zwei ich brauche fünf dann kann ich eine Axt craften und dann haben wir mehr als genug Holz weil da sind mindestens drei Bäume drauf da drüben ist noch ein Fass da ist eigentlich immer Holz drin dann kriegen wir das hin denke ich ich hoffe da müssen wir dann sowieso hinschwimmen wir müssen gucken siehst du da vorne diese Lücke da können wir das Boot eigentlich richtig geil reinflanken ohne dass wir irgendwie was brauchen ich versuche es ich habe schon wieder Hunger ich könnte ausrasten so da liegt doch was auf dem Grill eine Kartoffel ich muss paddeln der soll sich jetzt einfach mal nicht so anstellen dann esse ich die Kartoffel ja Jörg wir wissen es obwohl ja das ist gut dass der Heider gammelt soll er mal ruhig machen dann tauche ich schon mal vor der kommt alles gut so einen Haken habe ich ja ich glaube das Paddel reicht einfach immer noch nicht weil ich auch so ein bisschen gegen die Strömung schwimme das könnte das könnte ein Problem werden oh Junge dann schwimme ich da halt hin und das nächste Paddel ist kaputt ich kann auch keins mehr herstellen brauchst du ihn für das nächste Paddel ähm in erster Linie solltest du solltest du herkommen weil wir uns sonst verlieren das ist das Problem schwimmst du nicht auf die Insel hier zu nee der sobald ich aufhör zu paddeln geht er einfach wieder mit der Strömung das heißt ich guck halt mal schnell ob hier irgendwo was zu mampfen ist aber hier ist nicht mehr was zu essen auf der Insel dann komm schnell zurück bevor ich zu weit weg bin alles gut alles gut alles gut ich bin gleich am Start ich bin gleich am Start ähm paddel 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 ist doch egal es bringt sowieso nichts wenn du jetzt ein Paddel machst dann hätte ich dir geben können ach so du treibst von der Insel weg ja den hole ich dich sowieso nicht mehr ein normalerweise treibst du schneller als äh als das äh schwimmst du schneller als ich treibe das war ja vorhin bloß weil ich gepaddelt hatte naja das Ding ist der Hai ist zwischen uns ich lock den mal ich will halt ungern ich will ungern sterben wegen den ganzen Nägeln die wir haben weißt du ja Nägel wird ja halt so sau schön zu bekommen das Problem ist halt ich kann wie gesagt das Floß nicht anhalten keine Sorge ich bin gleich da wenn du noch ein bisschen ah die Kiste ist da eine Kiste ne Plastikholz okay das ist wichtig das nehme ich nochmal und da kommt auch wieder ein Floß das wird für uns auch schön Hai kommt ja alles gut Jörg hat Hunger ja verstehe ich auch ich auch Alter ich bin einfach zum Anbeißen also wir brauchen Plastik wir brauchen Plastik ach ja und ich sollte was essen weißt du was tatsächlich das ist scheiße mit dem Paddel Paddel ist dumm Paddel ist voll zum Kotzen keine Paddel mehr her wir machen jetzt ein Segel ich warum krieg ich die Kiste nicht die ist einfach durch meinen Haken durchgeschwommen kein Skill kein Skill mein Freund du bist gemein sorry ich bin auch ohne Skill ich bin auch ohne Skill ich jump dann noch kurz aufs Floß ich müsste auch äh so dann spring mal kurz hin aufs Floß ähm ich guck mal kurz also Segel wir brauchen definitiv ein Segel wir brauchen halt ganz viele Pflanzen Schrott dafür ähm da würde ich tatsächlich empfehlen dass wir uns erstmal eine Axt machen ich habe ein Scharnier ich habe ein Bolzen ich hab eine Axt ich bräuchte noch vier Planken vier Seile und zwei Schrott dann könnte ich eine Eisenachse machen das wäre voll cool oh ich glaube ich sterbe gleich 14 Seile vier Planken dann fehlt nur noch ein kleines bisschen Schrott aber das sollten wir bald haben ich ach komm ja ich will ja essen ein Schrott ein Schrott habe ich hilft es? helfen tut es bestimmt okay da hast du ein Schrott ich schmeiß erstmal nochmal die Angel rein tatsächlich kannst du mich bitte wiederbeleben ich bin wie geht das? finde ein Bett wir haben kein Bett lass mich raten und du hast ähm okay warte Bett 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 du liegst da ja sowieso erstmal ja wie macht man ein Bett? lass mich raten Bett muss man erstmal lernen oder? ich meine ja das Ding ist wenn ich halt jetzt ich kann mich ja selber respawn lassen aber dann sind zwei Drittel vom Inventar weg oh ja tatsächlich ähm Tisch sehe ich Stuhl sehe ich Ablage kann ich nicht eine Ablage als Bett benutzen aber ich meine dieses einfache Bett konnten wir schon machen ich weiß jetzt bloß nicht mehr unter welchem Punkt das war warte ähm irgendwo hab ich es gesehen du liegst da ja sowieso noch ein bisschen ja ich chill hier so ein bisschen ja lass Jörg ja lass Jörg erstmal ruhig ankommen ist ja sowieso die erste Folge lass Jörg ruhig ankommen ähm ich kann gleich ein Bett craften wenn er Heim mich kurz in Ruhe lässt haben wir halt hier fünf Minuten noch noch äh Todesscreen wenn wir das haben würde ich sowieso äh schon in die nächste Folge gehen können wir gleich machen aber lass mich wie gesagt schnell das Bett machen weil die Items sind wichtig die Items sind wichtig dafür überziehen wir auch ein bisschen ja auf jeden Fall die Folge überziehen wir sowieso ja safe bisschen locker ne bisschen weil geplant so Bett können wir schon sagen also so vom Plan her waren so 25 bis 30 Minuten vielleicht auch mal ein bisschen ja 25 bis 30 Stunden schlechter Skill muss mit einberechnet werden ja aber das ist jetzt nicht gerade ein Skill was man schlechter Skill wird durch Wahnsinn ersetzt na perfekt ist ja fast äh ist ja fast wie mein Profil auf Instagram ich ich brauche tatsächlich Blätter es fehlen nur noch Blätter fürs Bett ich hab Zeit ich lieg bequem ich höre ich höre die Wellen rauschen hier ist noch ein Blatt oh ist das schön ich hab Durst jetzt werde ich gerade mal irgendwie voll bescheuert hier der wird voll wackelig was ist los mit dem die Hydreter oder was nicht dass du jetzt auch noch stirbst das wäre schlecht weißt du was mache ich denn jetzt haue ich das ganze Holz weg ja wenigstens mapfe ich nochmal schnell ne gegarte äh rübe mach oder war ein Fass ich hab's gesehen ja 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 ich weiß ich weiß ich weiß warte 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 boah nimm doch nicht die Axt Fass ja man okay aber jetzt muss ich erstmal die gegarte rüber essen weil ja keine Eile wie gesagt ich lieg sehr bequem und das ist auch schön den Wellengang zu spüren kann ich richtig entspannen hier kriegen wir hin kriegen wir hin so okay für das Bett fehlt jetzt noch eine Pflanze und eine Planke dann ist unser Überleben ja eigentlich auch schon gesichert ja safe so eine Pflanze fehlt noch aber ich muss erst was trinken ey der macht hier einen auf ich verdurste äh äh im Wasserpol es regnet ich wollte die Kartoffel haben und nicht dich du schmeckst nicht vorhin hat er noch gesagt dass sie zum Anbeißen aussehen vorhin hatte ich auch noch eine schöne Soße die ist mir aber leider ausgegangen mhm du weißt Soßen sind wichtig ne die sind das A und O ja schon das A und O ey komm jetzt fehlt mir nur noch ein verdammtes Blatt um ein einfaches Bett zu bauen das ist so lächerlich wir müssen unbedingt Sachen in den Truhen lagern ja wieso kann ich dir nicht einfach mal in deine Taschen greifen und sowas rausziehen das wäre voll cool ja das sollte auf jeden Fall gehen das wäre mega nice das Ding ist wir müssen halt noch viel mehr von den Truhen bauen das war halt zwischendurch einfach unser ganzes Inventar immer mal reinschmeißen jo da ist ein Blatt geil oh ich hab ein Blatt ich kann ein Bett bauen schmeiß mich in dein Bett das Ding ist wo bauen wir das Bett jetzt hin ohne dass der Hai das kaputt früht erstmal irgendwo zur Not machen wir einfach nochmal ne ne Reihe außenrum warte mal mit R-Taste versanftes Drehen schmeiß mich ins Bett Daddy oh ja du geiles Stück so hier ist irgendwie komisch würde ich sagen nächste Folge ah Blatt wenn ich mich hinlege jetzt ne heile ich dann auch weiß ich nicht probier es aus oh ja nice funktioniert oh sehr gut dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag und bis morgen tschu 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 Vielen Dank.